Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play. Hallo. Revo. Gut. Revo. Wer ist dabei Kevin? Wer ist dabei? Wer ist dabei? Wer ist dabei? Ich und ähm Nico. Goom? Goom ist auch dabei. Expo auch. Danke. Expo ist mein. Goom, äh Kevin wir haben eine Aufgabe. Ich mache jetzt eine Schaufel. Wir beide gehen jetzt für mich. Machen wir mal Essen bitte. Essen habe ich für dich hier. Wir gehen in seiner Folge für dich fahren. Ja. Machen wir oder Kevin? Ja. Ja. Was ist denn ganz neu rausgekommen? Äh die Minecraft 1.9 Snapshot Datei. Okay. Ist gut. Ist gut. Und wir spielen hier natürlich Revo. Das ist gemoddelt. Was gemoddelt? Und ähm Windows 10 ist raus. Windows 10 ist raus und die beste Version für Windows 10 ist raus. Ja. Ist gut. Ist gut. Warte Kevin ich habe eine Schaufel. Kevin komm mal her. Ja. Wie ein Nuchs. Ne der Eisenschaufel direkt. Ja mach doch noch mehr. Kann auch eine Diamantschaufel machen wenn es dir besser passt. Ne du kannst mir ein Schwert machen. Ein Steinschwert. Bin ich mit zufrieden? Mach ich dir. Mach ich dir. Mach ich dir. Mach ich dir. Ja. Ja. hab ich mir 5 Kilo Äpfel geholt. Ja. Was heißt? 5 Kilo Äpfel das sind ... Also 1 Kilo sind 6 Äpfel. Oder 6 bis 8. Ich habe hier knapp 30, 40 Äpfel. Ich bin deine FPS jetzt wieder besser, Kevin Ich habe nämlich 8 GB eingestellt Da musste ich natürlich auch erstmal drauf kommen dass das Programm das alles zu wenig macht Was für eine Scheiße Wo willst du eigentlich hin zum Sand farmen? Da ist nix, das siehst du, da ist ein Meer Da können wir trotzdem Sand farmen Da ist eine Mini-Insel Die ist kleiner als Rügen Hey, pass doch mal auf, Kevin Was ist denn das für eine Musik hier? Ich habe gar keine Musik Alter, der bei mir singt so ein Männerchor Ja, das ist hier, Kevin Pass mich einfach so runter Männerchor Ja, das ist von Divine Divinity Die haben natürlich so eine creepy Musik Also ein bisschen was bräuchte ich Ich brauche jetzt hier nicht unbedingt Also 1x6 wäre ganz cool Haben wir jetzt mal nicht rausbekommen, denke ich mal Für meine Zuschauer, ne Muss ich denen natürlich noch was erklären Das Programm Äh, das Projekt In welcher Zeit spielt das eigentlich? Industria Industrialisierung Industrialisierung, ja, sehr gut Das heißt, äh, nicht modern Also, ist halt eine Alternative, ne Ist halt eine Alternative Ach, Steampunk Ja, kannst du auch so sagen Gut Kevin, eine Idee Oh nein, der hat deswegen das Steinschwert Ich habe vor mitgedacht Äh, Creeper Oh, oh, ich nicht Ach, Nicochen Ach, Mensch, Kevinchen Gut, alles gut Wir kriegen's hin, Kevin Alles wird gut Niki, niki Oh, mehr Sand Wir brauchen mehr Sand, Kevin Wofür eigentlich Mehr Sand Ich, hab doch Hast du oben gesehen, wo ich da Das so ausgelöst habe Eigentlich nicht, ne Zeige ich dir von hier Eigentlich nicht, ne Guck da, ist doch ausgelöst im Werk Was ist denn jetzt passiert? Reicht schon, Kevin Reicht schon der Sand Komm mal her Ja, warte Erklär dir mal, was ich vorhabe Scheiße, das wäre falsch Komm nochmal Komm mal in die Puschen hier Hä? So, Kevin, guck da Siehst du, siehst du da vorne? Ne Wo man durchgucken kann Mein Bett und so sieht Äh, ja Da kommt ne Glaswand Ach, so Dünn oder dick? Äh, dünn Ja, sehr gut Deswegen hab ich, hab jetzt Wie viel zusammen hast du? Hab ich 64 plus 19 Kevin, aufrechnen, aufrechnen, aufrechnen Äh, das sind so 80 Kein 80, Kevin Hm Wo sind bloß deine Matheskills? Du kannst super studieren Anstudierst du? Ich? Ich bin Naturwissenschaftler Wir müssen nicht rechnen Mathe ist ne Hilfswissenschaftler Mathe ist so Naturwissenschaftler Na, Mathe ist ne Hilfswissenschaftler Das ist so, normale, gute Naturwissenschaftler beleidigen immer die Mathematiker Okay Schlechtes ist wie so ein Diss Okay So ein Diss, da müsst ihr nicht irgendwie was aufrechnen? Nö Ja, wenn ich möchte dich ganz gerne noch mal Das machen die ja für uns Ja, wenn ich bräuchte dich noch mehr für meine Dienste So bereit? Mhm Die gehen gleich runter und höhen meine Höhle müssen aus Oh, wir höhen deine Höhle aus Set for G-Set Oh, meinst Kevin, nun helfen wir jetzt erstmal, hast du Kohle oder so? Mach mal den Sand in die ganzen Öfen, ich hab kaum Kohle Ne, ich hab's schon gemacht K-Kohle Ich hab's noch auf, Kevin Ich hab keinen Sand mehr Ich hab keine Kohle da drin Hä? Ach, Kohle für ein Stack Fuck Aber er schmeckt, oder? Mhm Ist ein Grüner, Gwenny Smith Was ist das? Ein Grüner, ein Gwenny Smith Was für, was, was? Der grüne Apfel, Gwenny Smith Keine Sorgen Du kennst doch Äpfel, diesen ganz grünen, giftgrünen Apfel Guck mal mit Kevin Der ein bisschen süß ist Hat eine leicht, ähm, karamellige Note Minimal nussig Kevin heißt, gesund sein Nicht zu gar, Alter, machen Scheiße, ich hab keine Axt Was für eine Axt? Eine leichte karamellige Note Die Tacke, wo kommst du von mir? Hier ist überall Kohle Warum hast du die nicht rausgehauen? Du hast Kohle übersehen Nein Hier kämpft der erste Frage Was war Kohle? Was? Was kann ich mir hier? Minute 8, Sekunde 9 Du hast ja Kohle übersehen Wenn das mal hoch Äh Da bist du Leckt es gerade? Deine Ping ist auch gut Das wüsste ich ja, dann meld ich ein FPS Weil Ich kann nichts mehr abbauen Ich kann nichts mehr abbauen Der läuft auch nicht Ne, dir wurden gerade die Baurechte entzogen Sieht ja nicht Reconnecte mal NWTF Ich hab gerade so richtig Not-Lore-Friend-Musik Was machst du denn, Kevin? Du sollst mir helfen Erstmal muss ich die Kohle da oben abbauen Okay Ach, das war ein Bug von Inventory Und Kevin wird bestimmt in den nächsten Folgen auch sein Haus anfangen, oder? Naja, klar Und du musst ja nicht aufnehmen, du kannst ja auch so bauen Ach, das ist Age of Empires LKW! Hä? Was? Was? LKW Was ist ein LKW? Feature Bei mir immer Was? Ja, auf der Straße Ich glaub ich mach immer so Gewinnspiels, oder? Wie viele LKWs fahren durch, so weißt du? LKW Kevin Das heißt LKW Kevin, komm mal Ne, sofort Der bohrt da oben alles ab, der ist wieder Sklave Sklave? Ich bin wie ein Pole, meinst du wohl eher? Ich klau dir die ganzen Rohstoffe Klaus, ich dachte, die gibst du mir Ach quatsch, wafür? Pfff Arschloch Hallo, ich bin Perse Perse Er geht in deine Folge, ich hab kein Zeitgefühl Ich? Ich hab auch keine Website, ja kein Timer Hehehe Der Hype Ich glaub es ist jetzt nur 10 Minuten, also noch ein bisschen, wa Kevin? Hm So unter Proger Meine zweite Folge Wo ist denn mein iPod hier da? Ja Du darfst natürlich die Sachen behalten, die du hier findest, aber trotzdem mit der Hilfe abbauen Mhm Also von der Höhe hier und die Deckenhöhe muss sein Mhm Alles raus hier, alles was geht weg Mhm Riesengroß Mhm Was gerade, Kevin? Wirklich? Ich? Ich hab gerade bei meinem iPod den Timer eingestellt Auf wie viel? Also Stoppuhr Ja Ja auch wie viel, auch Stoppuhr Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Wie gestern Niklas Von der Höhe hier, von der Länge alles hier abkramen, von oben bis unten was zu finden Alter so wie das da schon ist? Ja Jaa, hier ewig groß, das wird mein Lagerraum Das verkleide ich nachher alles nur mit Holz, was irgendwie spaßlos wird Ich hab mir Großprojekte hier vorgenommen Ja ich auch Aber Du kannst schon mal ein paar Rohstoffe zu sammeln bei mir Doch nicht so für den Anfang Den Anfang Du musst doch bisschen fahren oder wie findest du? Einfach vom Ende Einfach vom Ende Kevin Ja ich hätt das wohl jetzt eher Folge 20 eingeschätzt Folge 20 fang ich schon an Ich muss nicht baue, ich hab 30 Baustellen, da ist eigentlich am oben noch mein Haus Ja das hab ich bei meinem Singleplayer auch Na also ich werd doch hier nicht nur das hier machen, das hier mach ich sowieso kaum Ich brauch mir ne Aufnahme Kevin Geh weg Ey Export Was macht ihr denn die ganze Zeit? Ah nee frag ihn doch mal was ich scheiße soll Hier gibt's keinen Kreativ Mode Hier mach mal kurz das Kuchen, frag mal Oh der kann ich ja gar nicht abbauen damit User left your channel Mach du die Seite, ich mach die andere, okay so streiten wir uns nicht Okay, aber sag mir wenn du Eisen findest, okay? Warum? Dann kann ich das abbauen Ich brauch ne Spitze, ich hab auch kein Eisen mehr Man Die anderen haben schon Kupfer und alles Damit kannst du nix machen Da kannst du mit Kupfer was machen, die bauen ja alle schon hier für Raumstationen und Scheiß, die bauen ja alle ne Mode und weißt du was? Das dauert ja Weißt du wie kompliziert das ist ne NASA Workbench zu bauen? Alter Ja das hab ich mal mein Minecraft Blitzbill gemacht Da sind die ja, die sind schon irgendwie, die sind schon am Anfang, die farben schon dafür Einer hat schon irgendwelche Generatoren und so'n Scheiß, ich komm damit nicht klar Die haben die ganze Nacht durchgespielt die Schweine manche Kein Leben Kein Leben Kein Leben Kein Leben Ja sag ich doch Nun hab ich auch zwei Diamanten davon, möchte ich mal dazu sagen auf der Höhe Welche Höhe sind das? Elf Elf, ich bin aber auf 10 So 10 oder 11 ist das gleiche Warte guck, du bist ja alles gut Was ist denn die Diamanten über 10, 11? 10 und 11 Nicht 12? Ne Ey ich hab keine Axt mehr Na du hast heute Sachen von mir, bekommst du nix mehr Hä? Ich hab aber kein Holz Ich hab mehr Eisen, ich geb dir Holz Ich? Ich geb dir Stein Gib mir deinen Eisen, dann mach ich dir schon ne Spitz Ja, Drogen geb ich dir Ey Ey aber auf Mach dir ne Spitzhack raus Stein Wollt ihr gleich zwei machen? Ja Ja Erhör ich mich Werden wir halten Hier Kevin Bei mir davor liegt Vielen Dank Und eine mach ich dir noch Ich hab mir auch noch eine So Hier Kevin Ja Ja ich dachte mir, ich arbeite schon mal für dich weiter Ich sag mir, fahr ein bisschen, komm mir runter und baue einfach ab Mhm Das geht am besten Das hilft mir, das hilft dir, das hilft uns allen Nein Weil sonst denke ich mal, werde ich hier nämlich noch so fünf, sechs Stunden sitzen Oh, jetzt kommen meine Zigaretten Vielleicht ja da Ah, du musst kurz mal alleine dich Deine Display kümmern Mhm Ich bin AfK rum Das mag ich Ich? Was wird denn das? Ich wird angegriffen Achso Achso Ja von mir, ich bin einfach AfK Ja Aber wir haben einen Schluck gegen hier Ja, mein Schatzi Ja Mensch, 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 Mensch Äh, worüber soll ich denn jetzt reden? Ich kann doch kein Minecraft Let's Play alleine machen Als bin ich noch nicht in der Lage, wenn da so wenige Mod sind Jetzt hab ich die Mandela Und die Wacke mit der Mandela Eiscreme Was machst du? Ich hab gerade geredet Was hast du denn gesagt? Ich hab darüber geredet, dass ich kein Let's Play alleine unterhalten kann, wenn das Vanilla ist Und dann habe ich darüber geredet, dass ich keine Vanilla-Eiscreme mag Oh, was für Überleitungen Wie du kannst kein Let's Play alleine machen Ich bin der Meister der Überleitung Das ist ja allgemein bekannt Ja, das stimmt wirklich Ja Geschichten als den kannst du auch gut Ja Das ist immer ne Geschichte Spannende Geschichte Ne, das geht nicht so aus dem FF Dazu brauche ich immer Kannst du überhaupt Ich brauche dazu immer nen Anlass quasi Immer so'n 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 Ansporn Na das bin Das ist ja meistens Andi denn Ja ja, eigentlich schon Oder Grievous Weine Das kannst du bei uns teurer machen Was? Hä? So'n folgen So'n folgen So'n So'n Tendo musst du ja auch Nino muss ja auch schon Nino muss ja auch schon Ja, kommt drauf an Manchmal Bei manchen sagen sie einfach Ja, ist nicht so dramatisch Weine einfach Ja, zwei Stück Ja, zwei Stück Söhn Achso da, danke Ich hätte mir das jetzt nicht genommen Wir kommst zurück Wir kommen zurück Oder ist das gut Oder ist das gut Ne Ne Warum haben sie Kreativmode gemacht? Ja, damit ihr gucken können was zu was gehört Oh Ja, äh Ja, äh Ja, ist richtig Weil es irgendwie sinnvoller ist Wir haben uns grad über 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 Was haben wir jetzt da? Ach, Gummis keine Konsolenspieler So Weil bei Team da in die Temmle-Konsole kommt So, ich hab die Wii U Hatt' ich auch rein Ich verkaufe damit mal leider wieder Ich bin da aber keine Konsolenspieler Wie kann man denn mit Konsolenspieler Wie kann man denn mit Konsolenspieler Ja, danke Geht mir genauso Ist so schlimm Ich kann mal mit nem Joystick spielen Ego-Shooter vor allem Ego-Shooter Hä, ich kann das nicht mit der Maus Ego-Shooter Das ist so schrecklich Gar nicht Ich liebe das Ich bin damit aufgewachsen Ne, das ist das Verwegt Vor allem diese Leute nutzen meistens Zielhilfe Ist das Schlimme Und das ist die auf GTA Ist mir das so auf den Sack gegangen Mhm Das ist die absolute Katastrophe Ich geh mal wieder weg, ne Ich verschwinde mal Warum? Wo wird's denn? Äh Ich, ich baue mir mein Haus Ich fängst ja dann auch selbst genug Großstoffe Aber immer wenn du was brauchst kommst du runterfahren, wa? Mhm Super Ja Ich mach aber noch was Ich mach aber noch was Siehste gleich Oh Treppen Ja, hab ich noch Ich hasse das wenn das so sprunghaft ist Warte mal raus ein paar hundert Treppen Kevin Ach Quatsch Ja wenn du kannst auch Äh die Treppe einfach Äh die Treppe in Anführungsstrichen Einfach Äh rückwärts hochgehen Dann bist du schneller Wirklich so Wenn du rückwärts hochläufst dann bist du schneller Hä? Ich Warte für rückwärts hochlaufen Ja wenn der rückwärts so läuft meint er Dann dodgest du nicht die ganze Zeit gegen diesen Ja du hast vollkommen recht Dann gehst du nicht die ganze Zeit gegen diesen Ja dann gehst du äh schloss du nicht die ganze Zeit gegen den Dings Ja aber ich baue dir ja erst Die Treppe Ich baue dir erst Was brauchst du noch? Dann beendest du deine Folge noch oder Kevin? Ich? Ja Nein Das geht doch schon ewig Ach Quatsch Ihr seht schon fast ne Stunde Äh fast ne halbe Stunde meine ich Ja das ist doch nix Das ist ja deine Folge Ich hab auch schon mal ne 90 Minuten Folge Zum Beispiel mein Skyrim 500 Die hier heißt 90 Minuten Skyrim und Sex Und was? Und Sex Weil ich da so nen ähm Prostitutionsmod ausprobiere Alles klar Aber ohne Nahaufnahme ja? Naja Kamerabedingt mit Aber ich musste ja alles zensieren 7 Likes Ich bin stolz auf heute Folge Ich freu mich Stolz Rebo kommt gut an Alba ist cool Wie Wie Butter Scheiße Was ist denn Kevin? Ein Creeper Bei deinem Haus Nein Kevin nein War nicht hochgegangen Weiß ihn nicht Kevin Kevin Bahne dich Ich hoffe der ist nicht hinter mir Ich geh jetzt mal in deinen Garten oder so Ist nicht schlimm wenn der explodiert Kevin Oh das war mir ja gut Oh der Creeper ist da Ich hab ihn gesehen Kevin Kannst die Creeper doch unten reinlocken Der ist im Wasser Der ist im Wasser Der ist im Wasser Da passiert ja nix Alles cool Kevin bist du in meinem Haus? Mhmm Mein Haus steht ja auch offen Groom sein ist bestimmt auch erstmal Aber Weißt du mal die Glaswand Zumindest glaube ich dass ich in deinem Haus bin Die sieht auf jeden Fall ähm Fabrikator Kompressor Hey du bist nicht in meinem Haus Du bist in der Haustür und Expo Achso Der Kilti Wer die sieht Achso ja Wüsste ich nicht Ich dachte das wär dein Haus Ich hab wusste hier den Berg Das ist doch derselbe Berg Ja aber er baut woanders halt Er baut halt da und ich bau hier Ich bau ihn so ein bisschen in die Höhe Und er baut eher so in die Breite Ich hab jetzt ein paar Glasscheine gemacht Ich mein jetzt erstmal hier mal ne Glaswand Damit ich Kann ich eigentlich bloß Niklas beobachten Ein bisschen aber auch nicht viel Der Niklas Was macht Niklas? Streamt der schon wieder? Er streamt CSGO CSGO Mit Sascha oder wie? Genau Verlieren grad zu Null Verlieren zu Null Ja keine Ahnung Bestimmt Ja wie läuft's bei dir ans Nächstes raus? Spielts auch nicht mehr oder? Ich nein Und dein Update nicht mehr Ja auch nicht Weil ich kann der wieder reib Ja ne einfach nur auch weil mir das äh Zu CODig ist Findest das Hüpfelkipp? In dem Ja Wurde doch höher gehen Aber ich mein jetzt so weißt du So dass man halt so kleinen Ausblick hat Woah geht steil Bei dir Geht steil bei dir Geht steil bei dir Wenn du willst Ja ne ich hab keine Axt Also Pick Axt Ja mach nicht Ich hab Ja aber nicht nachts Eigentlich könnte ich jetzt meine Folge wenden Mach ich mal Tschüss Ciao Tschüss Kohle noch einsammeln